Das Riesentemporat Das Riesentemporat Das Riesentemporat Drei Es ist schwierig, ehrlich gesagt. Ich finde die Remakes gerade vom zweiten, das finde ich wirklich gut. Aber ich mag eben auch die klassischen Resident Evil sehr gerne. Ich mag auch Code Veronica echt gerne. Und auch den Original zweiten. Die sind alle, so Resident Evil 4 und dann alle anderen. Das ist mein Ranking. Bis auf das sechste. Den mag ich gar nicht. Und der fünfte ist schon okay. Der macht wenigstens Koop, finde ich echt noch Spaß. Ich finde die Pra-Astronautik sehr unterhaltsam. Das stimmt. Aha. Okay. Jetzt habe ich nicht gelesen, was der sagt. Ich glaube, das ist wichtig. Niemand kann mit dem Riesendraht fahren. Das ist so lahm. Das klingt nicht so dramatisch. Wann wird es endlich repariert? Ich glaube, wir sollen das Riesendraht reparieren. Kann das sein? Wir sehen, dass wir nicht immer fort. Tut mir leid, aber es funktioniert nicht. Dann schaue ich mal, was wir tun können. Ich weiß, dass, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, hier hinten ist irgendwas, ne? Muss ich da hin vielleicht? Keine Ahnung. Ich kletter hier mal hoch. Ich glaube, ich sollte die Kamera so rumdrehen, oder? Ich glaube, das macht mehr Sinn. Mist, die kriege ich jetzt aber nicht weg, wenn ich auf der Seite seh. Bitte. Bitte. Ich hoffe, dass sie Teil 4 und Veronica ein Remake... Also zu Teil 4 soll angeblich laut einem echten, ziemlich zuverlässigen Leaker, der schon sehr viel korrekt vorhergesagt hat, soll ein Remake vom vierten Teil wirklich in der Mache sein und quasi nach dem achten Teil das nächste große Resident Evil sein. Und im Gegensatz zu dem Remake vom zweiten und vor allem vom dritten soll das Remake vom vierten wirklich ein richtig großes Projekt auch sein. Der Ansatz ist da wohl wirklich, wobei ich finde, wenn das wirklich so der Ansatz der Entwickler ist, ist das schon ein hohes Ziel, aber warum nicht? Oh nein. Die, die, also das Konzept oder die Idee ist quasi wirklich, dass Resident Evil 4 damals Third-Person-Shooter revolutioniert hat und das soll jetzt quasi das Remake vom vierten wieder machen. nur halt eben ganz neu. Ah, warte mal. Das wollte ich gar nicht. Der soll neue Maßstäbe setzen. Sind wir mal gespannt. Vielleicht stimmt ja auch alles nicht. Sind ja nur Gerüchte. Aber wenn, bin ich auf jeden Fall gespannt. Bei Veronica weiß ich's nicht, aber Veronica wär cool. Aber Veronica ist halt so ein riesiges Spiel. Da weiß ich einfach nicht, ob die Rechnung aufgeht, weil das hat eine von den klassischen Resident Evil Spielen her gesehen wahrscheinlich eher kleine Fanbase, weil es halt so lange Dreamcast exklusiv war. Und wie man weiß, hat die ja nicht das größte Publikum gehabt, leider. Und, ähm, ist ja auch schon recht spät erschienen. Da wirkte das auf viele Spieler schon veraltet, alles und so. Und dann ist es eben auch noch so ein großes, nein, so ein großes, klassisches Resident Evil. Und das heißt, es würde teuer werden, wenn man das wirklich ordentlich remaken wollen würde. und ob sich das dann quasi Fanbase-technisch rechnet für Capcom. Das ist die Frage. Aber mal schauen. Ja, das stimmt. Es ist auch wirklich, also, unter so, also ich schau mir auch gerne so Videos an von so Leuten wie, ähm, weiß ich nicht, wie die alle heißen, Simon Dan, oder, ähm, Logict oder sowas, die quasi so Verschwörungstheorien, äh, so Videos nehmen und die kommentieren. Die sich quasi teilweise, je nachdem, das macht jeder individuell, manche machen sich schon auch ein bisschen lustig über die, manche, ähm, erklären im Grunde nur, wie es wirklich ist. Aber es sind in der Regel ganz unterhaltsame Videos. Und, äh, so unter denen, also die gehen eigentlich davon aus, und das klingt auch logisch, dass so die großen Anführer dieser ganzen seltsamen Bewegungen, wie flache Erde und sowas, in der Regel wahrscheinlich eigentlich wissen, dass das alles Blödsinn ist, weil die sich eben so sehr damit beschäftigen, dass die das theoretisch wissen müssten. Aber, ich meine, da kann man natürlich sagen, dass theoretisch das vielleicht stimmt, dass die das theoretisch wissen müssten, weil die wirkliche Wissen auf dem Gebiet haben, aber so Verdrängungsmechanismen und sowas sind schon ziemlich mächtig. Und wenn jemand sein ganzes Leben in irgendwas investiert, ist es ziemlich schwer, sich einzugestehen irgendwann, dass das alles Blödsinn war. Deswegen würde ich denen jetzt gar nicht unbedingt unterstellen, dass die wissen, dass das alles Bullshit ist. Aber ich glaube, es gibt viele Opportunisten auf jeden Fall, will ich damit sagen, die im Endeffekt halt einfach nur ihren Nutzen draus ziehen, dass die Leute halt quasi mit dem, was sie so erzählen, irgendwie manipulieren können oder einfangen können oder so genau. Oh oh. Und tot. Game over. Nee, zum Glück nicht. Ich bin allein in der Küche. Äh, ich bin allein zu Hause und in der Küche ist gerade einfach sowas umgefallen. Ha, gruselig. Geister wahrscheinlich. Oder die Nachbarn haben so laut gepoltert. Kann ich mir vorstellen. Aber ich kann auch verstehen, dass das gerade nachts wirklich gruselig ist, wenn sowas passiert. Ich erschrecke mich schon immer, wenn die Katzen was umschmeißen. Aber ich kann mir dann wenigstens immer sagen, es sind die Katzen. Aber was ist, wenn es nicht die Katzen sind? Dann werde ich es nie erfahren. So einfach ist das. Ja, aber wie gesagt, ich kann das verstehen. Ich fände es auch gruselig. Jetzt geh doch da rein. Ah, warte mal. Ich kann mich erinnern. Ich muss, glaube ich, mit dem reden, oder? Niemand kann mit dem Riesen ranfahren, hä? Oh, es geht doch schon wieder. Funktioniert doch schon wieder alles wunderbar. Die Kamera, die Kamera manchmal ist... Das Spiel ist auch echt nicht so gepolished irgendwie. Ich mag es anscheinlich. Ich hatte das positiver in Erinnerung, als ich es jetzt bewerten würde. Ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass 64 schlecht gealtert ist und man kann es nicht mehr spielen. Aber 64 ist super gealtert. Das kann man noch sehr gut spielen. Sunshine ist schwierig, finde ich. So, na endlich. Ach, geschafft. Mach das. Ich drückte die Daumen. Hunde sind wie Kinderkatzen, wie Mitbewohner. Aber schon auch Kinder. Ich habe Bilder mit Uhu-Patterfix vor eineinhalb Jahren aufgehangen. Und der Kleber ist vielleicht ein bisschen alt. Ah ja. Na guck. Doch keine Reptiloiden-Geister. Ich hätte eigentlich noch mal in den Vergnügungspakt gehen können. Warum eigentlich nicht? Das mache ich ja eigentlich. Hey, da kann man auch reingehen. Dann gehen wir da mal. Was ist denn hier? Kisten. Kisten. Einfach Kisten. Leere Kisten. So, dein Kisten-Problem ist gelöst. Du brich alle Kisten in 30 Sekunden und du gewinnst. Nur gut von mir aus. Mist, ich dachte, ich hätte schon genug geschummelt jetzt. Aber ein gutes Training. 30 Sekunden. Das ist aber echt chillig eigentlich. Das war großartig. Du bist der Beste. Na dann. Nett. Im ersten Teil war Chris 25 an dem 8. 48. Ja, ich habe mir das vor kurzem auch gedacht. Viele Protagonisten von Resident Evil sind jetzt schon so um die 50. Schon cool eigentlich. Aber auch crazy. Ich würde wetten, dass du mit Galaxy wieder richtig Spaß hast. Ich glaube auch. Ich will aber Sunshine durchspielen. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass ich hier sitze und mir denke so, oh Gott. Jede Sekunde ist eine Höldenqual mit diesem Spiel. So ist es auch nicht. Es ist nur so, naja. Naja. Habe ich schon besser gesehen von Mario. Ähm. Aber ich freue mich schon auf Galaxy. Aber wir spielen Sunshine durch. Also mit Mindestanforderungen. Was ist eigentlich die Mindestanforderung? Das ist gerade eine gute Frage. Wo bringe ich eigentlich meine Sternis hin und was passiert? Und wie trigger ich eigentlich das neue Level freigeschaltet werden? Das ist auch sowas, das kommuniziert das Spiel im Vergleich zu den anderen Spielen nicht wirklich. Man weiß es nicht. Ab und zu heißt es dann plötzlich hier, jetzt passiert wieder was hier in der Stadt. Und dann gibt es ein neues Level. Aber warum genau? Ist das die Anzahl der Shinies? Muss ich gewisse Missionen erfüllen, das weitergeht? Man weiß es nicht. Niemand weiß es. Das Schlimme ist eben durch die ganzen Verschwörungstheorien der Neuzeit das ganze Thema so polarisiert, dass es nur noch Schwarz und Weiß gibt. Glaubst du oder sagst du etwas, das nicht Mainstream ist, bist du ganz schnell in der Ecke, wo du gar nicht sein willst. Und gerade Leute, wo etwas verschleiern wollen, haben damit leichtes Spiel. Zum Beispiel der Abhörskandal. Er hätten die meisten als Blödsinn abgetan, wenn da nicht ES gewesen wäre, der halt wirklich Beweise geliefert hat. Aber war das nicht irgendwie schon immer so? Ich meine jetzt durchs Internet haben natürlich viele Verschwörungstheorien so Popularität erreicht, weil halt die Leute Gleichgesinnte finden. Aber wenn ich so an die 50er, 60er denke, so die ganzen Verschwörungen und Intrigen, die es da in den USA gab, die ja teilweise auch aufgeflogen sind, so mit Nixon und so weiter. Weiß ich nicht, ob das nicht da auch schon so war im Grunde. Ja, aber Katzen muss man nicht nur hinterher putzen. Katzen kommen dann auch zum Kuscheln und man spielt mit denen und man streichelt die und man muss mit denen zum Tierarzt und man kämmt die. Die muss denen manchmal, wir mussten einer Katze auch regelmäßig jetzt eine Zeit lang unbedingt die Zähne putzen. Das macht man nicht mit seinem Bewohner, mit seinem Mitbewohner. Ich weiß nicht, vielleicht, hey, whatever. Machen ist okay, aber ich eher nicht so. Ich habe das Gefühl, dass du jetzt nicht nur mehr als Spinner, sondern gleich als Nazi bezeichnet wirst. Ja gut, das kann ich aktuell verstehen, dass da das natürlich durchgemischt wird, weil ja eben die viele, viele rechtsradikale Strömungen so ein bisschen versucht haben, dieses Verschwörungstheorie-Klientel zu kapern und für ihre Sache zu gewinnen. Und das hat ja anscheinend zum Glück für die nicht so gut funktioniert. Nach der letzten Demo, das war zwar ein riesen mediales Feuerwerk, dann wieder mit Reichstagstürmen und bla bla, aber anscheinend, was ich so mitgekriegt habe von Dritten, ist es innerhalb der Rechtsextremen-Szene quasi total ein Fehlschlag gewesen und hat denen total den Wind aus den Segeln genommen, weil die dachten, die könnten jetzt quasi hier ein paar Verschwörungstheoretiker kapern und mit denen Revolution spielen. Und dann haben sie gemerkt, na irgendwie sind das halt auch nur normale Leute, die an komische Sachen glauben. Und wahrscheinlich, hoffentlich, wird da eine Koalition zwischen diesen Gruppierungen nicht lange gut gehen oder ist vielleicht auch schon gescheitert. Kommt deine Freundin nicht zum Kuscheln? Also wenn die Katzen schon da sind, dann geht das nicht. Wenn die Katzen nachts immer zwischen uns liegen, kann man nix machen. Das ist Yoshi-Karussell. Na dann. Aber da gibt es aktuell schon so eine Vermengung auf jeden Fall. Das stimmt. Aber halt auch eben nicht zu Unrecht, weil eben, wie gesagt, da wirklich gemeinsame Sache gemacht wurde. Aber ich weiß schon, dass man jetzt quasi, wenn man irgendwie unpopuläre Meinungen hat, auch im kleinen Rahmen, nicht nur eben in die Verschwörungstheorie-Ecke, sondern dann auch gleichzeitig gleich in die Nazi-Ecke gesteckt wird. Na so. Ja. Hey, dankeschön für die Bits. Da regnet das Füchse ins Glas. Nice. Korgo. Ach, Korgis sind das. Das ist ja fast noch besser. Wobei so ein zahmer Fuchs ist, glaube ich, auch ziemlich cool. Ja. So, was machen wir jetzt hier? Halt! Hier fehlt ein Yoshi. Da haben wir es schon. Der orangefarbene Yoshi ist weg. Wer hat das... Was hat das zu bedeuten? Dass ich irgendwo ein Yoshi-Ei ausbrüten und dann dahin bringen muss, wahrscheinlich. Auch wenn das ein bisschen bizarr ist. Aber vermutlich ist es so. Wäre jetzt mein erster Lösungsansatz, zumindest. Hey, was ist denn das? Warum sehen denn die Blöcke hier so komisch aus? Okay. Extra Leben. Ja, der nächste Freitag-Stream ist schon, ich wollte schon wieder Donnerstag-Stream sagen. Ist schon, äh, ist schon erreicht. Oben die zweite gestrichelte Linie ist quasi schon überschritten. Also diesen Freitag wird es schon den Random-Stream dann geben. Wo irgendwas komplett neues, zufälliges gespielt wird, das ich noch nie irgendwo auf dem Kanal gespielt habe. Oder in einem Stream. Einmal ist das schon vorgekommen, dass ich komplett vergessen habe, dass ich zu einem Spiel schon mal Random-Drop-Let's-Plays gemacht habe. Und dann ist es doch im Random-Stream nochmal gelandet. Bei Hybrid Heaven war das. Aber normalerweise sollte es was sein, dass es noch nie irgendwo in irgendeiner Form zu sehen war. Da sind wir interessant. Ich weiß noch gar nicht, was ich diesmal nehmen soll. Es gibt viel Kandidat. Es gibt eigentlich echt viele Spiele, wo ich mir denke, ah, die sind cool oder relativ unbekannt auch. Oder vielleicht auch so Klassiker. Bin ich gerade durch den Waggon da durchgefallen. Den will ich teilen. Aber aktuell weiß ich noch gar nicht was, wo, wie. Aber irgendwas, irgendwo, irgendwie. Auf jeden Fall. Hybrid Heaven ist schon super. Wenn ich mir wirklich einen Remake oder einen zweiten Teil von irgendwas wünschen könnte, dann wäre es wahrscheinlich Hybrid Heaven. Weil ich finde dieses... Diese Mischung aus so Adventure- und Runden-basierendem Wrestling-Kampfsystem ist so eine weirde und geile Kombination. Und auch so einzigartig. Das finde ich einfach nur total super. Vor allem, dass man das mit irgendwelchen Mensch-Tier-Hybrid-Aliens wirklich wrestelt. Und die irgendwie nimmt und Body-slammt. Und das ist so cool. So cool abgedreht. Das hat mir total gefallen. Adventure-Wrestling mit Monstern. Genau. Es ist einfach super. Es ist einfach super. Und das dann auch... Aber eben, dass dann auch so die einzelnen Körperteile alle einzeln hochleveln und ihre eigenen Stats haben und sowas. Das fand ich auch... Das fand ich durch und durch ein super interessantes Spiel. Und mir ist witzigerweise erst jetzt, als ich das jetzt eben vor kurzem wieder gespielt habe, aufgefallen, dass die deutsche Synchro so katastrophal ist, dass es echt witzig ist. Äh... Die deutsche Übersetzung ist voll fehlerhaft und voll kaputt. War nicht super lustig. Vielleicht sind es nur die kleinen Aliens, die so kaputt sind. Vielleicht auch absichtlich. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht. Voll cool. Ich glaube, das wurde direkt von Japanern aus dem japanischen ins Deutsche übersetzt. So ließ es sich zumindest. Super cool. Diddel, diddel, diddel. Au, wa-wa-what? Warum? Und man passieren komische Sachen in dem Spiel, die irgendwie nicht so wirklich logisch erklärbar sind. Ich glaube, die Level wären für mich cooler, wenn ich unendlich viel Leben und einfach so eine schnell Neustart-Taste hätte. Weil dann könnte man sich einfach mal trauen, einfach, ne? Einfach mal drauf losrasen. Wird schon hinhauen. Aber so muss man immer, ne? Da fällt da in den Abgrund und schreit und dann schreit. Da steht, ah, hey, Vidalci. Und dann muss man irgendwie neu starten. Und, äh, und dann am Schluss gehen ein die Leben aus. Und dann muss man das Level neu betreten. Und das ist alles nervig. Das müsste wie bei Super Meat Boy, so zack, 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 müsste das gehen. Dann wäre das nur halb so frustrierend. Eigentlich mag ich die Passagen echt gerne, aber einmal kurz ein bisschen sterben, ist halt gleich super frustrierend. Oh Gott, ey. Baldur Skate 3 spielen. Ah, das ist immer schwierig. Mit meinem aktuellen Setup ist es wirklich schwierig, vom PC zu streamen. Aber, was ich mir gedacht habe, ich habe eine Xbox Series S vorbestellt. Einfach nur mit dem Games Pass. Ich werde mir auch gar kein Spiel dafür kaufen. Einfach nur, dass man quasi so eine mobile Videospiel-Netflix-Dings-Dingens im Wohnzimmer stehen hat, habe ich mir gedacht. Und, da könnten wir dann eventuell in einem Stream, ähm, äh, na, warte mal, ich mache die Übung. Ich mache die Gehirnhälften-Verbind-Übung. Äh, Wasteland 3 spielen. Es hat funktioniert. Vielleicht Zufall. Muss ich mal öfter überprüfen. Äh, Wasteland 3 könnten wir da spielen. Oder Wasteland 3. Und auf das hätte ich Bock, weil das soll ja echt ziemlich cool sein. Okay, Mario. Weißt du, was super wäre, Mario? Ein Checkpoint hier. Checkpoint wäre echt gut, Mario. Mario. Checkpoint. Boah, jetzt löst sich das Ding auf. Das ist ja voll gemein. Aber gut, ist schon gut. Wir sind schon gelandet hier. Ah. Immer schön, wenn die Kamera so gut ist und einem überhaupt nicht irgendwie den Weg hier blockiert, die sich blockiert. Es ist nicht mehr weit, Mario. Ich könnte riskieren, aber ich tue es nicht. Ich riskiere jetzt hier keinen super crazy Stunt-Sprung. Wir nehmen den sicheren. Sichereren. Oh Gott. Dammit. Ganz ruhig, Mario. Ganz cool bleiben. Okay. 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 Ja. 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 Man sollte sich tatsächlich dadurch auch an mehr erinnern können. Ja, ich habe schon öfter überlegt, dass ich mir wirklich so einen Stressball oder sowas hier für den Schreibtisch kaufe. Weil sowas könnte ich echt gut brauchen. Aber vielleicht ist die Übung sogar noch besser. Dieses Fingerspitzen berühren. Ich werde das mal häufiger auf jeden Fall austesten. Weil irgendwas, das mir so ein bisschen beim Konzentrieren hilft, kann ich sehr oft brauchen. Ich werde das mal auf jeden Fall versuchen. Mario Morgana. Ja, und dann die acht roten Münzen. Das kennen wir mittlerweile schon. Das Schema. Das war's für heute. Das hat schon auch am besten funktioniert, sich einfach auf irgendwas zu spezialisieren und dann nur noch das zu benutzen. Wobei es natürlich unterschiedliche Gegnertypen gibt. Man kann natürlich nicht jeden so gut mit dem Bein kicken wie, ne? Manche brauchen da schon eigene Strategien. Aber trotzdem, das hat schon gut funktioniert. Volle Offensive auf das rechte Bein und dann geht das. Das spüren wir so gut. Man kann, glaube ich, theoretisch auch das linke Bein nehmen. Das ist okay. Na, das war im Vergleich zu den anderen Leveln echt angenehm easy jetzt gerade. Die Verfolgungsjagd. Meine Güte, wann kriegt denn der eine Hitbox? So. Ich mache das zum Beispiel, weil mein Kopf nicht denken will, ich aber am PC-Befunde schreiben muss. Ja, ja. Ist das sowas? Ach Gott, ich muss jetzt am Wochenende nochmal was für die Steuer machen. Ich muss nochmal eine Auflistung machen von beweglichen Gütern. Ich weiß nicht mal genau, was das ist eigentlich. Ich glaube aber schon so ungefähr. Ja, das kriege ich auch noch hin. Das wird mir echt aufwendig und ich habe wirklich keinen Bock drauf. Aber wann hat man schon Bock auf seine Steuer? Ja, das wird mir echt aufwendig. Genau. Ich habe schon mal überlegt, ob ich, wenn ich öfter, oder wenn ich zumindest einmal im Jahr ein Videos mit den Katzen mache, ob ich dann nicht vielleicht die Katzen von der Steuer absetzen kann. So Katzenfutter und Tierarztbesuche. Weil es sind ja quasi Mitarbeiter, so quasi. Also so Assets, die ich benutze für die Videos. Hab mich nie informiert, ob das wirklich gehen würde. Aber die Idee hatte ich schon mal. Ich habe schon mal dran gedacht, zumindest. Wer weiß. Wahrscheinlich geht es wirklich. Keine Ahnung. Show Katzen. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Level ist. Ich habe keine Ahnung, was icheleriand. Wenn ich das so groß in Marcos an 꿕� Shauna sisара schaas, powers nước R gegenüber. Ich habe eine Ahnung, ein richtig Children trainiert. Ich habe mich für� Valada hat Aber ja genau so. Theoretisch. Geh doch! Entgleis doch! Du weißt schon was ich meine! Wiggle wiggle! Schnell! Nein! Der umkreist die! Dammit! Der ist klüger geworden! Ja! Schnell Mario! Pack dein Jetpack aus! Ah! Immer da wo die Beinchen zucken! Jetzt verstehe ich das! Oh oh! Ich glaube jetzt habe ich ihn wütend gemacht! Noch wütender! Aber er ist noch nicht super wütend! Das wäre auch zu leicht gewesen! Oh! Das wäre gut! Das hätt gut funktioniert! Okay! Das nächste Mal weiß ich's! Wenn der auf Schienen läuft quasi... Nein! Warum?! Nein! Warum?! Ach! Jetzt ist er schon tot! Wird doch gar nicht roh, den Sunshine! Schade, schade! Bewegliche Güter, glaube ich! So viel ich weiß, ist das so ziemlich alles! Bravissimo! Boah! Boah! Bill-limm! Boah! Bist du wirst!